Ein weiterer Einsatz für den Superheld, die Taschentuchpackung, die manchmal digitiert, in ihrer Bettstadt, die sie total gut verteidigt vor Bösewichtern, wie zum Beispiel den schlüsselbeschwörenden, ziemlich abartig stinkenden Chip. Oh, ich bin der ziemlich stinkende und schlüsselbeschwörende Chip und ich habe Schlüsselbeschwörer, die dich jetzt vernichten werden. Oh, nee, ich bin die Taschentuchpackung, die manchmal digitiert und ich bin hier der Superheld und du kannst mich gar nicht besiegen, denn ich digitiere zu... Oh, was soll ich tun? Oh, nein, was soll ich tun? Oh, sie ziehen mich aus. Oh, ich habe meine Rüstung verloren. Oh, ich bin angreifbar. Oh, ich sterbe. Oh, und andere Schlüssel greifen die andere an. Oh, ich sterbe. Oh, ich habe meine Rüstung verloren. Was soll ich bloß tun? Oh, oh, oh. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ah, komischraste Tuchpackung digitiert heute mal, zweimal. Und zwar ins Schiff. Oh, nein. Eine Flasche! Oh, oh, gegen mich könnte ich dir nicht ausrichten, denn ich bin. Eine Flasche. Oh, ich bin umgefallen. Oh mein Gott, ich kann nicht wieder aufstehen. Oh, ich werde immer von den komischen Schlüsseln gedisst. Oh, du kannst meine Schlüssel nicht besiegen, denn sie wird ein Werk von mir. Und solange ich lebe, leben sie auch. Wenn du nicht mehr lebst, leben die dann auch nicht mehr. Oh, dann habe ich jetzt einen Plan. Spüre meine Macht, du Chip. Ah, geh kaputt, geh kaputt, ah. Oh mein Gott, er war etwas stabil, aber er ist in Abgrund hinuntergefallen. Oh, er ist tot. Oh, geh kaputt. Oh, geh kaputt. Oh, nicht mehr kommt, die der Tag von der Taschdopackung, die in eine Flasche digitiertes gesettet werden. Oh, mein Gott, 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 mein Gott.